Musik Hallo zusammen. Ich habe mir eine neue Kauserie gekauft. Maßstab 1 zu 8 und die zeige ich euch jetzt mal. Wir haben hier von Brodo Farm eine Corvette C7R. Hier ist die Teilenummer. Und hier ist das gute Stück. Die hat jetzt den langen Radstand, das heißt 360 mm. Heckspoiler, der ist auch dabei. Ich habe die Tüte schon mal geöffnet. Hier ist der Heckspoiler. Den muss man natürlich nur ausschneiden. Dazu gibt es von Broline nochmal so ein Prospekt. Dabei sind Aufkleber und Befestigungsmaterial für den Heckspoiler. Und hier unten drunter ist nochmal so ein Bogen mit Scheibenabkleber. Die sind immer ganz wichtig. Die Karosse, wo ich die gekauft habe, den Shop, den kann ich euch jetzt mal einblenden. Hierzu gibt es natürlich noch Farbe. Zwei Dosen in Rot. Und eine Dose in Schwarz. Wenn ich angefangen habe abzukleben und dann anfange mit dem Lackieren, dann werde ich wahrscheinlich mal ein paar Bilder einblenden. Und danach gucken wir uns dann das fertige Ergebnis an. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Jö drawnIVE Dosen in der below. Fines, Fines, Fines. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.